Willkommen zurück Leute zu Super Smash Brothers Brawl. Wir befinden uns hier am Eingang zum Subraum und ich würde sagen direkt rein da in die gute Stube. Wir befinden uns hier an. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDRi Ja, wen wollen wir denn nehmen? Hey, vier Personen dürfen mit Wieso keinen Tun-Link? Ich würde sagen, dann nehmen wir auf jeden Fall Link mit Ähm, Snake natürlich und ja, Pikachu hat sich als relativ nützlich erwiesen, oder? Ähm Falcon ist auch nicht verkehrt, aber Samus wäre auch nicht schlecht und Fox oder Falco auch nicht oder gar Rob das ist eine schwerwiegende Entscheidung glaube ich, bin mir nicht sicher, ob es wirklich so schwer mit dem Captain Falcon, der ist nicht schlecht sonst lernen wir einfach mit ihm umzugehen so, damit sind wir im Subraum oder zumindest im Eingang des Subraumes schauen wir mal aber eigentlich sollte das ja ja, das läuft ja schon mal grundsätzlich echt gut hier komm, 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 komm jetzt lass dich hier nicht verarschen, Wollo das ist alles nicht so, Alter ist alles nicht so das Problem ähm jetzt wäre ich beinahe jetzt ausgelaufen oh scheiße, Metallprämiden Metallprämiden sind nicht so nette Gesellen ach so, das ist hier sag das doch das, ach das wusste ich nicht das ist einfach Scrolling hier, Mann dumm gelaufen sag ich mal aber wenn es einfach nur Scrolling ist, dann ist das ja gar kein Thema das, so komm, Snake, wir müssen hier schnell weg okay, an dieser Stelle endet das Scrolling aber wow, 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 der war gar nicht nein, 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 das ist äh das Ding das Ding muss auf jeden Fall weg das Ding muss auf jeden Fall weg, ja also mehr Alter mehr Metallprämiden können wir auf keinen Fall gebrauchen Nein, 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 aber die Die Gegner machen an sich nicht so viel Die sind nicht unglaublich böse Es geht noch, es geht noch Ja Erkennt ja jetzt nichts, ne Erkennt ja jetzt echt nichts In aller Ruhe das Ding weg, weil das ist auch richtig schön nervig Und der Rest ist eigentlich ein Kinderspiel Ich wollte ja auch nur den treffen, ich wollte ja auch nur den treffen Das war ja der Plan Pikachu ist eigentlich, ich weiß nicht, der ist ein bisschen OP, ne Der ist echt gut, das ist wirklich richtig, richtig, richtig übelst guter Charakter Wird auch, glaube ich, von Profis relativ gerne benutzt Straft mich lügend, wenn ich das jetzt sage, aber ich glaube, dass es so ist Ja, ja, komm Wollte gerade sagen, hol das Ding einfach raus Nein, 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 Dracoga Nein, geh doch Geh kaputt, genau Oh, rein da Nein, Pikachu, lass dich doch nicht War das ein Treffer? Geltet das als Treffer? Hopp, zack Ja, 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 gut Gute Treffer, gute Treffer, gute Treffer Aber das reicht nicht im Ansatz, man Scheiße Oh man, ich dachte, das wäre sofort Instant Win hier Aber voll nicht Endlich Gott sei Dank Das hat mir ehrlich gesagt ein bisschen zu lange gedauert Schade Nein, ich dachte jetzt echt, ich könnte das richtig gut mit dem Nein, mit dem Feckelpunch kannst du das überhaupt nicht bewältigen, Wollo Das war eine absolute Fehleitschätzung deinerseits Hm Auf, dass es diesmal besser läuft Diesmal habe ich Pikachu zumindest noch Ich meine, das ist ja schon mal grundsätzlich nicht komplett verkehrt, ihn noch zu besitzen Oh Der war nicht ganz so schön Aber insgesamt Insgesamt Doch, insgesamt Ist noch okay, aber ich habe viel zu sehr den Drang, den Falcon Punch zu benutzen Und oh nein, schon wieder von vorne So, beste Chancen ever Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann Kann ich mir leider auch nicht mehr helfen Scheiße Das ging wieder viel zu Schnell Oh mein Gott Okay, Wollo, jetzt lass dich einfach mal Nicht verarschen Lass dich doch einfach mal nicht verarschen Ey, ohne Spaß Das sind aber auch einfach viele Zu meiner Verteidigung Das sind aber auch Einfach Fucking viele Das wird eine unglaublich lange Aufnahme für diesen Part Um das mal klarzustellen Ich nehme seit 16 Minuten auf Wir sind bei 8 Minuten im Part Wahnsinn Unglaublich Wie schnell ich Snake an der Stelle jetzt verloren habe Durch absolute Dummheit Okay Das ist vielleicht voll der Trick No Weiß nicht Das ist aber auch gewisserweise lame Und Schabendurch Dann euch trotzdem nicht Natürlich nicht Warum auch Wäre doch auch Langweilig Nein, nein, nein Nein Das ist ein bisschen nervig Bisschen nur So Snake hat volle Energie Hoffen wir einfach mal das Beste Und Stellen wir uns jetzt einfach mal Nicht dumm an Das war Übrigens dumm Jetzt bin ich schon wieder so in der Hektik Jetzt bin ich im Hektik Modus Jetzt bin ich im Hektik Modus Ich sehe mich auch ehrlich gesagt nicht wirklich Ich lebe noch Ich lebe noch Ich lebe noch Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Egal 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 Snake hat da richtig gute Gute Sachen gemacht Definitiv Oh mein Gott Lass den Bereich langsam mal enden Was muss ich das hier noch schaffen Ernsthaft Nein Nein Pikachu Komm Ja, ja Alles gut Alles gut Alles gut Nein Nein, 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 nein Das war ein bisschen zu Schneller Tod Nein Und da kommen neue Da kommen neue Das darf nicht wahr sein Nein Nein, 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 nein Oh mein Gott Krass soll das denn noch werden Ja, ich Weiß, dass ich wohl den da Oben besiegen muss, ne Aber Komm Komm Geh kaputt Genau Zack Und Zack Puh Groß Großer Felken Kommt durch Boah Ich dachte gerade Was ist das Aber das ist die rettende Tür Leute Gott sei Dank найдet D Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Haben jetzt instant alle gegen Tabu verloren? Das wäre nicht gut. Das wäre nicht so gut. Und ja, Meisterhand konnte auch nichts regeln. So an sich. Mann, das war schwer. Guckt mal, ja, Subraum. Wir haben keinen Charakter mehr. Da bin ich ja mal sehr gespannt, wie das weitergehen soll. Dann geht es weiter im nächsten Part, Leute. Mit dem Subraum. Dieser Part wieder ein bisschen kürzer. Für mich dafür extrem lang. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.